Ich bin ja viel am Rumeiern zurzeit mit dem Auflegen und wenn ich dann zurückkomme, dann genieße ich das, sobald ich bei mir den Berg hochlaufe, dass einfach still ist. Wahrscheinlich suche ich einfach das Extreme um die Stille, weil ich die ganze Zeit Lärm um mich herum habe und deswegen bin ich dann auch viel am rumlaufen oder einfach nichts machen. Ich merke, dass sobald ich Leerlauf habe und nicht wirklich eine Aufgabe zu tun und ich einen freien Kopf bekomme und auch dadurch, dass ich in einem stillen Umfeld bin, dass sich eher ein Nährboden für etwas Neues entwickelt. Also einfach irgendwie in der Stille passieren die magischen Sachen. Wenn ich feiere, dann feiere ich richtig, wenn ich gesund sein will, dann will ich richtig gesund sein. Ich mache immer alles ohne Mittelmaß, vielleicht wird das auch mal besser. Deswegen ist mein Leben, glaube ich, relativ voll mit Kontrasten und auch Gegensätzen. Also, dass ich dann halt dieses ganze DJ-Lifestyle-Ding habe, also rumfliegen und irgendwo auflegen. Man trifft die ganze Zeit Leute, die man nicht kennt, aber meistens sind ja die Leute nett, weil sie aus einer ähnlichen Szene kommen. Und dann ist man irgendwie auf der Party, man legt auf, hat hunderte Leute um sich herum, Lärm. Dann ist man alleine im Hotel, was ja auch wieder ein großer Kontrast ist. Aber in beiden Fällen bist du anonym. Und dann bist du auf der Reise im Flieger, da bist du wieder alleine, hast aber auch irgendwie wieder Leute um dich herum und dann kommst du nach Hause und dann ist Stille und dann ist da gar niemand. Und das sind halt Freunde. Also dieses DJ-Leben an sich voll mit Kontrasten oder mit Sachen, die eigentlich nicht so zusammen passen. Also viele Menschen, aber dann auch gar keine Menschen. Und Anonymität eigentlich viel. Meine ersten Sachen haben sehr viel auf Sampling basiert. Also ich bin auch dann oft im Plattenladen und habe irgendwelche obskuren Sachen gekauft, die es mir einfach gemacht haben, davon zu samplen. Mittlerweile habe ich meinen Produktionsprozess so sehr runter reduziert, dass ich eigentlich meinen Körper gar nicht mehr bewegen muss, außer meinem Zeigefinger. Und lustigerweise finde ich, dass meine Musik dadurch eher besser geworden ist. Also durch meine Faulheit ist die Musik eher auf den Faden gekommen, wo ich sage, ja, das passt jetzt so für mich. Und ich habe jetzt auch gerade nicht das Bedürfnis wieder von dieser Linie, die ich so ein bisschen gerade vermute, gefunden zu haben, wieder wegzuspringen, aber vielleicht auch durch den Produktionsprozess. Also ich benutze gerade keine Hardware, ich benutze nichts, ich bin nur digital. Ich verwende beim Produzieren sehr viel Zeit auf Soundästhetik. Also ich habe jetzt zum Beispiel Mutter so eine Rave-Platte, die ich auf Running Back gemacht habe. Da kann ich mich erinnern, da habe ich irgendwie die Hauptidee an einem Nachmittag gemacht und Mixed Down. Arrangement war dann auch schon fertig, also vier Stunden Hauptidee mit Arrangement und dann war es eigentlich 95, ich weiß nicht, 95 Prozent der Zeit waren nur noch Mixed Down. Also ich master auch ziemlich viel selber und er versucht es so fertig zu bekommen, wie es geht. Also für mich ist einfach bei elektronischer Musik dieser Klangaspekt extrem wichtig. Es muss nicht alles High End klingen. Es ist ja auch völlig gewollt, dass manche Sachen Low-Fi oder Distorted oder halt Clean klingen. Aber mich interessiert dieser Aspekt sehr, dass bei dieser sehr technischen Musik, die wir machen, die ja auch funktionieren muss im Club, dass natürlich auch Klang eine Rolle spielt, ob er jetzt gut oder schlecht ist. Man fragt sich als Künstler nach einer längeren Zeit, wo man sich mit seiner Kunst auseinandersetzt oder Musik macht oder was auch immer, für was man eigentlich steht oder was der rote Faden ist in seinem Schaffen. Und ich glaube, bei mir ist der rote Faden, dass ich wahrscheinlich ständig auf der Suche bin, was mein roter Faden ist. Das heißt, dass man wahrscheinlich das auch in meiner Musik raushört, dass ich versuche, immer wieder an einen Punkt zu kommen, wo ich sage, das könnte jetzt mein Ding sein, aber ich dann nach relativ schneller Zeit mich weiter orientiere. Und ich bin auch eher ein Mensch, der nicht vergangenheitsorientiert ist. Vielleicht auch, wenn ich Musik mache, wo man sagt, das hört sich ja an wie ein Rave-Klassiker aus den 90ern, versuche ich doch immer irgendwie in die Zukunft zu schauen und vielleicht irgendwas zu machen, was eher aus der Zukunft wie aus der Vergangenheit kommen könnte. Mir ist aufgefallen an mir selber und was ja auch viele andere DJs durchmachen, man hat so seine Phasen, wo man natürlich mal alles auscheckt. Also ich hatte auch mal eine Phase, wo ich Cary Chandler und Theo Parrish, Moodyman etc. gehört habe, dann gibt es eine Phase, wo man das ganze Detroit-Techno-Zeug und Elektro durchmacht. Dann kommt irgendwann mal eine Lo-Fi-House-Phase, dann kommt die moderne Deep-House-Phase, dann kommen Transickere Sachen. Also ich war halt so ein Mensch, mich hat immer das komplette Spektrum interessiert und ich habe mir dann das rausgepickt, was ich interessant fand oder zusammengebracht, was ich interessant fand. Was dann vielleicht auch gleichzeitig meine Stärke und mein Dilemma ist, dass ich relativ breit aufgestellt bin, aber auch manchmal so breit, dass ich Leute verwirre, ob unbewusst oder bewusst, dass immer an dem Punkt, wo sie sagen, das könnte ja jetzt das sein, für was du musikalisch stehst, dass ich dann immer wieder damit breche, bewusst oder unterbewusst, wahrscheinlich bewusst. Ich finde auch es ziemlich interessant, wenn ein Künstler bis zu einem gewissen Grad unberechenbar bleibt, dass man trotzdem weiß, also jetzt bei einem DJ, ich kann hingehen und es wird eine gute Party sein, aber ich weiß nie ganz genau, was mich erwartet und das möchte ich auch so beibehalten. Team 2. Team 3. dos, 問 ils Faktor Team 3. Vielen Dank.